Hallo, du fragst dich bestimmt, wie all die tollen Filme hier auf der Website gedreht werden. Naja, das ist ganz einfach. Du brauchst eine Kamera, ein Mikrofon... Ach, halt die Klappe! Genau. Ein Mikrofonkabel, ein Audi-Aufnahmegerät, ein Mikrofonstativ, ein Stativ... Ach Moritz, das schaffst du doch niemals alleine. Dafür brauchst du ein motiviertes, kreatives und vielleicht ein bisschen verrücktes Filmteam. Und wenn auch du Lust hast auf ein verrücktes Filmteam, dann komm ans ASG und zu ASG TV.